hallo und herzlich willkommen zum es warum meine holzstücke mit dabei ist der lexcrafter hi wir sind team birke wir rocken es war oder sterben jetzt gleich okay ich frage mal alle bereit ja nein jetzt geht's los also so angespannt bin ich jetzt eigentlich nicht aber es kribbelt halt schon ein bisschen so im bauch das ist okay leute ich glaube ich kann starten und mein gott du kennst unseren plan du weißt was wir machen warum haben wir alle hashtag b ach so alle die bereisen hashtag b ich muss nach dem start noch mal rejoin sonst klappt das nämlich nicht leute so okay bitte 16 15 jetzt ich habe noch mal tag gemacht ich weiß nicht ob die schwierigkeit ich bin draußen ich bin draußen bei mir leckt es gar nicht ich hole mir den baum hier ich habe eingestammelt ich habe eingestammelt sie baut uns die oberen drauf mach du ne merkwankt planänderung du hast alles eingestammelt ich mach zwei schwerter schnell ich habe eins ich habe eins komm rüber über den fluss wie den plan da hinten sind zwei im wasser wir gehen die gehen die gehen die gehen die haben unser zuckerraum mitgenommen egal die tiere mit sie ich lekt ich lekt gerade schon und es geht es geht es geht wenn man gleich in den höhle sind oder wenn mehrere leute in der höhle sind dann wird nicht mehr so viel gerendert dann geht ab nicht so weit weg nicht so weit weg Ok, hier sind nur noch Schiebkiele Schaffeln. Ok, die Typen da hinten haben durchgezogen, zum Glück. Ok, ok, ok. Ich sehe sonst keinen. Ich sehe keinen. Ok. Ich baue uns noch zwei, drei Holz ab und da komme ich. Jo, ich bin da, wo wir den Fluss überquert haben. Ok, ok, ok. Hör auf zu springen beim Dingens. Ich gehe wieder zurück auf die Spawnfläche. Ich sehe nicht da oben. Ok. Ich packe unsere Werkbank ein. Unser Plan ist eigentlich jetzt, da hinten ist eine Höhle. Ja, die konnte man... Weil hier ist eigentlich so gut wie keine Witter am Anfang in der Mitte bleiben. Und... Ja. Jo, ich gehe da rein. Da sind Hühner. Da sind hier Hühner. Für Feile und so. Ja. Wenn wir jetzt nicht dumm in der Höhle sterben, haben wir die erste Folge überlebt. Ja, ich weiß. Ok. Ich ba... Ich hab hier nur... Ich war ungefähr für ein Steckbretter. Das heißt, noch drei Loks, noch drei... Ah, vier Loks. Dann habe ich... Ich kann nicht mehr springen. Ja, ich hab sonst... Äh... Keiner ist mehr auf der Spawnplatte. Hier. Komm rein, 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 rein. Hier. 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 Hier, stopp. Ich mach schnell eine Spitzhacke. Passt du auf. Passt du auf. Was? Nebel. Neobe ist tot. Nice. Passt du auf, dass niemand kommt und sneaks. Sneak immer. Ok. Ähm. Du machst, äh... Schnell mal einen Steinpick. Und alles. Dann machst du erst... Es lässt du gleich mal Steinschwerter. Jo. Es leckt halt ein bisschen, aber nicht so hart, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Es sind immer so ganz kleine mal. Ja. Also es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet. Da liegt ein Steinschwert für dich. Ja. Danke. Danke. Also es ist nicht so schlimm, wie ich ehrlich gesagt erwartet hatte. Ja. Und sobald's wieder geht, sofort wieder sneaken, ne? Warte ich... 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 Ich geh mal kurz... Nein, tu's nicht, tu's nicht. Ne, ich... Ich... Ja. Und sind immer schon fliegen. Jetzt geht... Jetzt geht... Wahrscheinlich, weil es nur der eine Spiegel oder was. Mit den Lags eigentlich. Nice. Hier ist richtig viel Eisen. Cool. Ja, passt. Ich kann schon einen Ofen machen. Wir brauchen... Ich baue auch schon... Ich baue... Ich baue... Ich baue... Da ist Kohle. Ich baue auch schon ab. Ansonsten... Hier ist Diorit. Lass erstmal hinter den Diorit irgendwie. Okay. Ne, hier unten. Hier ist Granit. Lass unter den Granit erstmal. Ja, warte ich vorhin viel durch Kohle ab. Ja. Warte... Ich hab nochmal Eisen gefunden hier unten. Nice. Nice, komm. Und die Workbench nehme ich auch mit. Hier unten wo ich bin, komm rein. Ähm, ach ja, hier. Okay. Ich kann... Oh Gott. Hier unten hier. Rein, 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 rein. So. Warte, ich mach hier nur mal kurz ein Loch hin. Okay. Nur... Schon mal das Essen braten. Hier, ähm... Gib das... Tür das Matten rein. Nein, ich hab's so gebaut. Da ist sie weg. Hier mal ein Essen. Mach einen zweiten Ofen. Grab hier... Grab irgendwie in die Richtung hier. Ja. Nein, da ist... Da hört auf. Geh hier... Die Richtung ruhig. Obwohl, da ist die Höhle, glaube ich. Pass auf. Und mach auf jeden Fall... Wir brauchen schnell einen zweiten Ofen. Ja. Mach ich. Hier, acht hab ich. Gut. A Workbench. Lack. Ja, wow. Ich seh keinen Lack. Ich auch nicht. Nice, Leute! Jetzt kann ich mal richtig anfangen mit euch zu sprechen. Tu unten Kohle rein. Ich hab mein ganzes Eisen unten dran. Okay. Weil mir leckt's gar nicht, Leute. Also ein bisschen nur. Manchmal ein bisschen, aber sonst gar nicht. Ja. Ja, vermengte ich auch. Einer hat Slash Pink versucht. Warte. Warte. Das geht nicht. Müsste... Also sollte eigentlich nicht gehen. Nee. Ich hab mir... Ich hab mir fünf Fleisch rausgenommen. Ja. Ja. Auch mal eins. Dann kann ich wenigstens schon wieder mal laufen. Falls nötig. Sonst... Ich mach mal ne 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 Eisenpick. Nein, nein. Mach erstmal Eisenschwerter. Das ist wichtiger. Okay. Fuck, da unten ist ein Creeper. Das ist lass, lass. Das ist safe. Der Creeper hat mich. Auf Target. Ja, warte. Komm sonst. Nein, komm nicht, sonst ähm. Ja. Riech der Relikt, nein, ist ein Schwert. Hub and down, hub down. Okay, eins. Pass auf. Wir sind in der Höhle. Wir sind in der Höhle. Hey, ich hab kein... Ich hab kein Ingame-Sound. Ich auch nicht. Ich ess mich erstmal nicht voll. So, pass auf. Wollen wir uns... Hier mach ich mich... Ich mach mir grad... Ich mach mir grad... ne Eisenpick. Lass ansonsten ganz schnell irgendwie... Ich nehm alles mit und wir gehen ein bisschen runter. Ja, aber die Höhle hier ist doof, um da was aufzustellen, weil hier haben wir in zwei Richtungen keinen Überblick. Ja, ich lass das hier noch schnell fertig braten. Die eine Kohle, die drin ist. Und... Dann komm ich. Hier, ich mach hier erstmal die eine Wand dicht. Auch wenn da oben grad Eisen mehr. Ja, sonst lass erstmal für elf runter. Nein, nein, nein. Lass die Höhle hier nehmen. Okay. Ich lass am Anfang nur kurz die Höhle... Okay, durch den richtigen Höhleneingang ist nix zu sehen. Da oben. Also in die Richtung hab ich's zugebaut. Und da oben. Pass auf, da oben. Da ist der richtige Höhleneingang. Okay. Hey, da oben ist noch Eisen. Das geh ich schnell holen. Okay, ich seh erstmal wenig Monster. Das ist gut. Ja. Und rechts haben wir auch immer einen coolen Timer. Ja. Okay. Oh, da ist ein Zombie. Und mit einem Eisenschaufel vielleicht droppt er die. Aber hier geht's schön runter. Hier geht's schön runter. Pass auf, dass wir da nicht runterfallen. Hier unten war irgendwas. Ja, sonst geh ich schnell hinter und die Öfen holen. Jetzt, weil inzwischen durch die schon fertig gebraten sein. Pass auf, da kommen Zombies hinter dir her. Ja? Ja, ist egal. Dün. Okay. So, ich hab neun Eisen. Die beiden Zombies haben im Wasser einen Abgang gemacht. Ja. Hier ist noch ein Zombie. Sei sehr vorsichtig wegen Lecks und so. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja. Da ist eine Spinne. Spinnen sind nice wegen Bogen und so. Ja, da unten ist ein Creeper. Bei mir ist auch ein Creeper. Warte. Jetzt nicht ein Stegi machen? Oh Gott, ich hab's geschafft. Okay. Okay. Lass es beim Wasser wieder treffen, oder? Oh mein Gott. Oh Gott. Was machst du? Hier ist noch einer. Ja. Komm zu dir. Ich bin beide. Creeper bekämpfen. Nice. Nice, hier ist Lava. Nice. Okay. Da hinten ist noch Eisen. Sonst. Hier sind Zombies. Ja, bei mir auch. Zombie mit Eisenschwert. Oh mein Gott. Er hat ein Eisenschwert getroppt. Hier sind Spawner. Spawner. Was echt? Ja. Komm, vielleicht ein gutes Buch. Da hinten ist es auch hell drin. Stärke 4 Buch. Stärke 4 Buch. Was? Ja, nice. Und jede Menge Eisen. Sieben Eisenwannen. Ich hab nur eine Kiste aufgemacht, ne? Da ist noch eine, glaub ich. Also in Spawnen sind normalerweise zwei. Ich komm, ja. Nee, ich muss so... Skelett-Spawner. Aber da sind keine Skelette drin, irgendwie. Ach, auf der anderen Seite des Spawners ist... Okay. Lava, deswegen sind hier. Ähm, ich probier mal, ähm... Ach so, so... Soll ich die abbauen? Soll ich den Spawner kaputt machen? Sonst dann lass erst mal ausleuchten. Hier ist Eisen drin. Pass auf, Skelett. Oh, warte. Ja, äh... Schlagen können wir uns nicht, oder? Ne, probier's. Ich... Ähm, ich mach sonst, ähm, vier Fackeln. Das reicht zum Ausleuchten. Ja. Nice. Ja. Und du hast sonst die letzten noch eine Fackel. Ich hab die Lava dicht gemacht. Ne, nice, Alter. Okay. Ich steck mir hier drüben. Komm, lass hier unten rein. Geht's hier weiter? Nein, hier ist Ende. Dann lass hier ne Base machen. Ja, okay. Lass hier ganz kurz irgendwas aufstellen. Ja, aber, ähm, sonst unten hier drüben unten wird's noch weiter. Dann lass aber hier erst mal rein. Die Folge ist gleich vorbei. Ich will jetzt noch Eisen brauchen. Ja, ich schaue nur ganz kurz mal, was du so ist. Aber, ja, aber da geht's richtig gut runter. Das können wir bei der nächsten Aufnahme dann machen. Ja, okay. Ähm, warte, ich stell mal kurz auf da. Und dann geh ich noch zurück. Ähm, alles holen. Ja. Hier, ähm, hier Workbench. Nice. Zwei Öfen. Hier sonst die Hälfte vom Holz geb ich dir mal und das ganze Eisen. Nice, nice, nice. Ey, Kohle brauch ich noch. Kohle hab ich nicht mehr. Ich geh sonst hier schnell abbauen. Ich mach zwei Eisenbrustplatten, ne? Ja. Okay, nice. Ich hab auch nen Bogen schon gedroppt bekommen, aber ich hab auch schon 6 Fäden. Ja, ne, wenn, dann halt nen Bogen machen. Nice, warte, ich brate erstmal ganz kurz ein bisschen Holz ein. Alter, aber Stärke 4 Buch, Alter. Und da ist auch noch Feuerschutz 3 drauf, aber ich glaub Stärke 4 lohnt sich nicht mehr, ne? Glaubt uns eh keiner, ja. Glaubt uns eh keiner. Ich muss am Morgen in der Fach gucken. Wir müssen vorsichtig sein mit Fallen. Aber es ist schon mal gut, dass Neobi cool raus ist, weil das ist ein Team, das wollte mich unbedingt töten. Deswegen, also mir tut das leid für dich. Also, ich geh mal davon aus, dass du das grad sehen wirst. Ich bin gespannt, wie das aussah. Ich auch, Alter. Ich werd's ja bei Skycrafter sehen können, den Kill. Und auch bei ihm. Aber ohne Scheiß mal. Das kam unerwartet. Vor allem ist es erst einer gestorben, ne? Ja, eigentlich, ne? Halt alle richtig defensiv. Ja, und wir haben eigentlich nur ein Team nach dem Spawn nochmal gesehen. Und das ist weggerammt. Also, ich glaub nicht, dass uns das, dass die uns überhaupt gesehen haben. Ich wär grad... Deswegen? Eisen. Hier, ne? Ah, hier ist noch. Ah, Kohle hab ich auch. Ja. Hier und hier. Und dann hier Eisen. Hier Eisen. Sonst lass, ich hol hier ne Kiste runter. Und... Genau, stimmt. Ich glaub, wenn du ne Kiste auffällst, die auch automatisch gesichert hat. Ohne... Ohne... Dingens. Ohne ein Schild. Nice. Aber ein Schild muss man... Es steht in der Regel trotzdem Schild. Hier, Rüstung. Rüstung für dich. Ich hab übrigens auch nen Goldapfel, ne? Ach, lol. Nice, Alter. Der war da auch drin. Ähm, sonst macht ihr auch nochmal nen Eisenpick. Ich schau hier nur mal kurz weiter. Geil, Leute! Es lief alles viel besser... WTF? Er ist gestorben. Einfach so. Richtiges Stege, wo auch jeder reagiert. Hier ist noch Eisen. Aber ich glaub, hier ist auch... Ja, hier ist auch aus. Auf Höhe... 32. Okay, nice. Wir verpixelten Kordis übrigens nicht. Ihr könnt uns rüsten ab, wenn ihr wollt. Kein Problem, Leute. Ja. Auch. Aber hier schon mal runter. Nee, hier gibt's noch andere Gänge. Ich würd die erst auskosten, die Gänge, glaub ich. Alter, hatten wir viel Glück. Mit dem Spawner. Danke. Ich würd mich gern neben dir ausloggen, irgendwie. Ja. Ja, sonst... Ich hab hier noch Eisen. Und sonst, ich komm jetzt wieder. Ansonsten würde ich sagen, ich hab jetzt noch 6 Eisen. Davon machen wir erstmal 2 Eimer und dann holen wir uns beide lieber Wasser, ne? Falls wir brennen, irgendwie. Ja. Ja. Wasser ist besser. Das lohnt sich mehr, als irgendwie daraus nen Rüstungsteil zu machen aus 6 Eisen. Weil, da hätte eh nur einer was von gehabt. So, komm. Ich hol mir das Wasser, was da vorne war. Wir müssen uns kommen... Ich hol mir schnelles Wasser und dann loggen wir uns in unserer Base aus, ja? Okay, passt. Ich geh zurück schon. Und du noch das Eisen in den Ofen. Eisen dürfte keins mehr drin sein. Shit, jetzt sind hier richtig viele Monster. Ja, es kommt zurück. Ja, ich renne. Ich renne. Und du noch Eisen in den Ofen rein. Komm, alter. Nice. Nice. Alter. Schärfe 3 Buch, lol. Schärfe 3 ist nicht viel. Doch. Also, guck mal, bis wir auf die... Der Typ ist eh alleine. Ich. 17 Sekunden. Super. Super. Okay, ist gut. Müssten alle gleich gelegt werden? Oh mein Gott, lol. Als ob wir das echt geschafft haben. Oh. Oh. 3, 2, 1. Stein. Stein. Oh. Oh. Nice. Okay. Alter. Nice. Okay, keiner mehr drauf. Ich weiß nicht, wir wissen wie Neo IQ gestorben ist. Ja, schon schade. Ich würd mal sagen, das war's mit der ersten Folge. Svaro? Sag einfach mal Svaro. Svaro. Das hört ja so norwegisch an irgendwie. Ja. Und, ob ihr euch gefallen schaut bei den Link in Woodcraft vorbei. Alle Teilnehmer sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Und hast du was zu sagen? Nö. Ciao.